Moinsen-Magazin-Mangerin, ich habe heute ein richtig geiles Paket gekriegt und da war das Stream Deck Plus drinnen und ich möchte euch ein bisschen was davon erzählen, weil ich habe ein, zwei Dinge schon ausprobiert und ich finde, dass das ein absoluter Game Changer ist für die Streaming-Welt da draußen und das meine ich jetzt nicht nur, weil ich davon total gehypt bin, sondern weil ich das wirklich extrem geil finde, was man damit machen kann. Aber bevor wir loslegen, Intro ab! Nun, dieses wunderschöne Produkt hier kam in einer unglaublich schönen Verpackung. Wir öffnen das mal kurz, damit wir mal gucken können, was da so drin ist. Vielleicht der ein oder andere möchte rausfinden, was ihn erwartet. Nämlich nichts. Ich habe es schon ausgepackt. Aber hier kriegt ihr halt das Stream Deck Plus, was hier drinnen verpackt ist und auch die Kabellage, die ihr dafür braucht, sind sehr schöne Kabel. Die sind nicht so wie die üblichen, sondern die sind, wie nennt man das, verkleidet. Ihr habt noch eine Bedienungsanleitung da drinnen, falls ihr eine braucht. Ich denke, es ist ja selbsterklärend, wenn man mit dem Stream Deck schon mal rumgespielt hat und mehr ist hier auch ehrlich gesagt nicht drinnen, außer das Stream Deck. Und das würde ich euch jetzt natürlich auch gerne nochmal zeigen. Und zwar von Nahem. Und dann gehen wir mal in die Funktion rein. Und zwar habt ihr hier dieses wunderschöne Stream Deck, was ich persönlich unglaublich sexy finde. Jetzt durch die iPhone-Kamera ist das nicht so schön. Aber wir haben hier vier wunderschöne Drehregler, die sich wirklich sehr, sehr wertig anfühlen. Also hier wackelt nichts rum. Wir können die auch reindrücken. Dazu werde ich euch gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Und wir haben auch nochmal acht extra Buttons, die dazugehören. Die Buttons sind dieses Mal bei diesem Stream Deck etwas größer als bei den anderen Stream Decks. Also hier ist das große Stream Deck. Im Vergleich sind die Buttons ein bisschen größer. Und ich finde sie auch persönlich ein bisschen wertiger. Da hat Elgato nochmal ein bisschen was geändert. Also ist von der Sache her nicht schlechter, das andere Stream Deck. Aber die drücken sich noch ein bisschen kräftiger. Es ist ein bisschen mehr Widerstand drin. Und sie haben ein bisschen mehr Fläche. Aber kommen wir mal zu den Funktionen, weil ich habe das, wie ihr seht, schon gut ausgestattet. Und darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Also zurück an den PC. Nun, also, was ich persönlich als Anwendungszweck für mich gesehen habe, war, mein Audio aufzutrennen. Ich habe ja selber schon ein etwas umfangreicheres Audio Setup mit meinem Mischpult. Und mir hat immer so ein bisschen gefehlt, dass ich meinen Streaming-PC aufteilen kann in viele verschiedene Lines. Das kann man über Windows selber regeln beispielsweise. Man kann das auch über das Standard Stream Deck, also Standard Stream Deck auch regeln, weil sie das auch mit eingefügt haben. Aber für mich sind diese Drehregler ein absoluter Game Changer, weil ich das persönlich schöner finde, etwas zu drehen, als etwas zu drücken. Also, es ist jetzt nichts Weltneues, aber es ist für mich persönlich etwas Schöneres, etwas Neues. Und es ist ein bisschen, ja, wertiger, wenn man so ein Knöpfchen drehen kann. Was ich jetzt persönlich gemacht habe und warum das für mich ein Game Changer ist und für viele Leute da draußen auch ein Game Changer sein kann, wenn sie einen Computer besitzen und nur von einem PC streamen und kein Mischpult haben wollen oder riesige Kabellage, dann lasst uns mal schnell in die Software reingucken. Die seht ihr jetzt hier unten. Und zwar könnt ihr jetzt hier sehen, dass ihr viele verschiedene Dinge auf die Drehregler legen könnt. Die Tasten sind so wie immer, also da hat sich nicht großartig was geändert in der Software. Man kann hier alle seine Knöpfe belegen, wie man möchte. Ich habe jetzt beispielsweise für mich mal mein Licht dort drauf gelegt. Sowohl mein Licht, was hier im ganzen Büro drin ist, um das zu steuern, das ist Luminar Stream, heißt die Software, als auch meine Keylights, dass ich die an und aus machen kann und so weiter und so fort. Aber was für mich persönlich der absolute Game Changer ist, sind die Drehregler. Weil auf die Drehregler kann man ein, zwei Sachen drauflegen. Also wir können einen Stack basteln, was wir ja schon kennen, also als Ordner diese Funktion. Wir können die Helligkeit umstellen, was bei mir immer auf volle Pulle läuft. Wir haben bei System können wir uns einen Hotkey drauf machen. Das ist auch cool, also wenn man ihn drückt oder dreht, kann man sich dort schöne Sachen drauflegen. Multimedia, ganz klar, Musik weiter, zurück, vor. Und wir haben auch ein Control Center, quasi die Helligkeit, die wir von den Keylights einstellen können. Den Camera Hub kann man hier auch mit einbinden. Den habe ich jetzt persönlich nicht wirklich großartig in Benutzung, deswegen ist er hier nicht mit drin. Aber, und das ist cool und sehr, sehr geil, wir haben die Volume Control drin. Und die Volume Control habe ich heute gleich mal ausprobiert. Ich habe das Ding aufgemacht, rausgerubbt, weil ich gesagt habe so, komm Elgato, bitte, bitte lass mich probieren, weil ich möchte gucken, ob das geht. Und ich habe jetzt hier folgendes getan. Ich habe jetzt meine Alerts, habe ich jeweils einzeln, wie man ja hier drüben jetzt sehen kann, wenn ich hier rangehe, kann ich meine Alerts lauter und leiser machen, also wie man hier auch erkennen kann in der Prozentzahl. Ich habe meine ganz normale Video-Wiedergabe aus OBS, kann ich lauter und leiser machen. Das heißt, wenn ich in der Pause gehe, Highlights abmischen. Ich habe noch ein anderes Programm, womit ich mein Licht auch steuere, worüber auch ihr über eine gewisse Extension mit Channel Points Sachen auslösen könnt oder mit Bits. Und das kann ich, das spielt auch Sounds ab und das kann ich lauter und leiser machen. Als auch Touch Portal, was ich benutze, um über eine Extension auch noch wieder was zu realisieren, was ihr mit Channel Points auslösen könnt. Das in der Summe ist bei mir einfach so viel Audio-Kram, dass ich gar keinen Bock habe, ständig und immer wieder die MP3s anzupassen. Ich weiß, I know, es ist Faulheit, aber ich lebe gerne bequem. Und genau deswegen finde ich das so, so geil, weil du kannst einfach hier reingehen. Also wir können ja jetzt hier mal beispielsweise einen Ordner erstellen, also so einen Stack und da schmeißen wir jetzt das hier einfach mit rein. Das heißt, wir kopieren das fix, schmeißen das hier mit in den Ordner, dann können wir das hier löschen und dann hätten wir jetzt hier beispielsweise einen Stack. Das heißt, du da draußen kannst hier alles Mögliche in einen Ordner reinpfeffern und das dann quasi, wenn wir jetzt hier wieder hingehen, durch draufdrücken, könnt ihr ja hier sehen am Icon. Hallo, hier ist nochmal ganz kurz ein Einwurf, weil der Gegenwart, Dizzy, der euch da gerade vollquatscht, etwas vergessen hat. Und zwar könnt ihr dieses komplette Stream Deck customisen. Also ihr könnt von Hintergründen bis Icons, bis alles könnt ihr customisen, so wie vorher. Und das findet ihr dann hier auf dem Bildschirm, findet ihr das dann wieder. Ich habe das jetzt schon mal gemacht. Ihr könnt euch eine super fancy Hintergrundleiste basteln nach euren Vorstellungen und das da alles reinmachen, damit das alles schick ist. Also nur, dass ihr das mal gehört habt, weil Gegenwart, Dizzy hat das vergessen. Durch draufdrücken könnt ihr das wechseln und einstellen. Und da könnt ihr alles Mögliche, was ihr einstellen könnt, raufschmeißen und mit Drehregeln regeln. Das heißt, in der Theorie, das Mischpult, was ich habe, könnt ihr mit diesem Gerät virtuell auch lösen. Und was ich auch sehr schön finde, dass Geräte oder Sounds sofort erkannt werden. Also ich habe das angemacht und alle diese Sachen waren sofort drin. Also ich hatte meinen System-Sound drin, ich hatte OBS drin, ich habe sogar meinen Camera-Hub drin, falls das vonnöten ist, wegen Mikrofon etc. pp. Und alle anderen Applikationen auch. Und jetzt überlegt euch mal, wenn du jetzt quasi Streamer bist und du hast nur einen Computer und du findest Raustappen total bescheuert oder das mit der Windows-eigenen App ständig zu machen oder du hast Spotify am Laufen oder du hast Pratsits am Laufen und so weiter und so fort, kannst du das einfach hier rein donnern und dann kannst du das mit den Drehregeln wunderschön abmischen. Und das finde ich persönlich mega geil. Was ich aber auch sehr cool finde, ist, dass so theoretisch dieses Gerät auch noch, und ich muss dazu sagen, ich lese mir von den Geräten meistens nicht die Bedienungsanleitung durch oder die Features, weil ich es schöner finde, das rauszufinden. Und so habe ich heute herausgefunden, als ich hier mit meinem Stream das zusammen ausgepackt habe, dass du einfach drauf tippen kannst auf dieses Ding und das auch gleich muten kannst. Falls du jetzt also sowas hast wie einen Stack, wie hier, kannst du nicht einfach drauf tippen und du kannst also nicht auf das Drehrad drehen und das muten, also wie ihr jetzt gerade da sehen könnt in der Software, sondern du müsstest das theoretisch dann mit dem Touch, müsstest du das muten. Und das persönlich finde ich mega geil. Okay, wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, ich bin irgendwo drinne, ich mache gerade, gucke mir ein Video an oder so, und ich will nicht meinen ganzen Streaming-PC muten, weil wenn ich alles mute, dann verschwindet halt der ganze Sound, der auf diesem Computer passiert. Wenn ich jetzt also, sagen wir mal, ich spiele einfach mal einen Alert ab, oh, das stimmt jetzt so, dann kann ich den Knopf drücken und er ist weg. Aber alles andere funktioniert auch noch. Das heißt, theoretisch, wenn du im Stream bist, hast du volle Kontrolle über alle Sounds, über alle Sounds, die du im Stream abspielst und du hast durch die Stack-Möglichkeit, hast du einfach die Möglichkeit, also hast du halt die Möglichkeit, alles auf super viele Channels zu legen. Und das finde ich mega geil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beim Stream Deck damals schon gedacht, boah, das ist aber richtig, richtig geil. Und ich habe das übelst gefeiert und ich feiere das hier, feiere ich noch viel, viel mehr. Also an der Stelle Chapeau an Elgato. Sie sind nicht, muss man gleich dazu sagen, nicht die Vorreiter. Es gibt natürlich auch andere Geräte, die das anbieten. Die habe ich nur leider nicht in der Hand gehabt, deswegen kann ich dazu nichts sagen, weswegen ich von diesem Gerät super begeistert bin. Ich möchte auch extra nochmal deklarieren am Ende, dass dieses Gerät gestellt wurde. Also ich habe dafür nichts bezahlt. Mir wurde aber auch keine Vorgabe gegeben, irgendetwas darüber zu erzählen. Also das sind meine Eindrücke, die ich da von diesem Gerät habe, als ich es heute ausgepackt habe und angeschlossen habe. Ich möchte erst noch ganz wichtig hinzufügen, das hat alles out of the box funktioniert. Alles. Also ich musste nicht rumfummeln, ich musste nicht irgendwelche virtuellen Lines aufmachen oder sonstigen Schnickschnack und Schabernack, was man auch alles machen kann, wenn man das Geld dafür nicht ausgeben möchte. Das hat wirklich, es war ausgepackt. Ich musste meine Stream Deck Software aktualisieren, ich musste mein Control Center aktualisieren, also für die Kameras und dann hat das alles einwandfrei funktioniert. Also nochmal Chapeau an Elgato, richtig starkes Produkt. Ich werde noch die nächsten Tage das ausprobieren und testen. Ich habe da noch so ein paar andere Anwendungszwecke. Wenn ihr gerne ein Folgevideo davon haben wollt, lasst mich das gerne wissen oder wie so euer Eindruck ist, ob ihr auch Bock habt, das mal auszuprobieren. Und dann möchte ich mich bedanken für eure Zeit und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen lieben Dank. Obwohl, bei mir ist Abend. Wann auch immer du das guckst, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Du, bevor ich das vergesse, also ein Däumchen hoch oder runter und ein Kommentar wäre schon echt fetzig. Also falls du noch eine Sekunde Zeit hast, drück das doch mal unten rein. Dankeschön. Und nun Schluss. Bis dann.